Was hat gebrannt? Unser Haus! Wer hat dich gerettet? Mein Schutz, Engel. Es ist die Pflicht von Kreuzrätern, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Selbst wenn es sich nur um das Leben einer Jühnen handelt. Ich bin kein Kind-Jude, sondern ein Kreuzritter. Wo sollst du eigentlich wissen, dass sich niemand seinen Glauben rausgesucht hat? Jude, Christ, Muslim. Na, vor allem sind wir Menschen. Ist unser Schicksal nicht sogar miteinander verbunden? Hätte der Sultan mir nicht das Leben geschenkt, hätte ich nicht eurer Tochter das ihre retten können. Wer weiß, wo ich ohne ihn heute wäre. Ich habe dir was Wichtiges anvertraut. Niemand darf das wissen. Du musst dieses Geheimnis für dich bewahren. Schwöre, dieses Geheimnis für dich zu bewahren. Was ist das denn für ein Gott, der für sich kämpfen lassen muss? Na, ihr, ihr, wir haben alles von uns abgeschrieben. Wir haben es verbessert. Was war ein Buch? Ist das allerneuste Buch von Gott? Lass uns doch einmal auf die Ringe zu sprechen kommen. Was war ein Buch? Let's gehe rein! Hal Bandisch. Was war ein Buch? Vielen Dank.